Hallo, das ist Naruto1986 und herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! Part 94! Ja, der ist schon mal sehr gut. Erstmal die. Ich beende damit mal zu, du wirst dran. Okay. Ich stehe, den und den. Und, jetzt sind wir keine Kugel bringen, denn die Kugel ist dran. Okay. Ja. Ja. Und so. Ja. Ach, Leute. Aber warum stehe ich nicht? Ich bin schon zufrieden, dass ich die nicht verliere. Ich bin schon zufrieden, die nicht mehr da. Ja. Ja. Hold on. Egal. Ja. Ja. Das bekommst noch, glaube ma's. Echt? Man, du Schilderpenner kriege ich noch, whatsapp, alter. Du dreckiger, was schildert, Drecksack. Hm. und das ist noch einmal aber ich könnte den top nicht bekommen wenn ich jetzt endlich mal gute karten kriegen würde und ich da und diese beschissenen dinge davon Ich muss schreien machen. Ruine. Teil der Könige. Ich muss hier mal drauflegen. Ich mache das an die Scheiße. Ich mache das an die Scheiße. Ich mache das an die Schmerzen. Okay. Ach mein Schau. Das ist der Ball. Also der Ball. Oh mein Schau mal. Oh mein Schau. Oh mein Schau. Oh man. Wie lange ich den Ball klein bekomme. So, dann jetzt ich da durch. Das ist Katzenaugenblühen, aber nicht zum Glühen. Und dann? Okay. Oh yeah! Das liebe ich jetzt schon. So, dann kann ich erst mal sehen hier. Tschüss! Wann? Der Entfernen wird zur Größen? Der Entfernen, der Entfernen, der Entfernen, der Entfernen. Der Entfernen wird zur Größenordnung. Was ist der Auftrag der Gäste? So. Oh, oh. Oh. Oh, okay, nur noch, nur noch. Oh. Ah, das ist jetzt eigentlich ein Laufpapier der Mohn an, ob wir das sehen, als nächstes, mit Sender, das hat jetzt so eine 3.300 Punkte, hier ist es dran. Das ist schon ein Feldkrepp, das ist schon ein Feldkrepp. Das ist ein Bauch, äh, Kaisern. Dann hättest du schon mal 1.800, und jetzt kann ich an, wenn ich es umgekehrt bin. So, das war's gewonnen. Pff, das brauch ich nur noch in der nächsten Runde so viel Glück, dann ist dieser Alt-Fuzzi auch ein bisschen weiter. Mal, da. Als erstes diese... irgendwie kommt er... So... Bein Nummer 2... Du bist dran... mhm... No, no, no... So... So... Ja! Du bist dran... Du bist dran... Du bist dran... Ah, klar... Und tschüss... Und tschüss... Und wieder zu der Hosenmutter... Mhm... Ah... Ja... Ah... pretty... finished her... ... 去... Why is the at least aigo... Das ist das, was wir haben. Okay. Ich bin der Karte. Jetzt streif ich noch mit meinem Reiz für das Karte. Na, ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Das ist nicht so gut. Gut. Und du bist jetzt nicht da? Wir sind 2.0, oder? Das ist gut. Aha. Ich glaube, das ist so gut. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Aber das ist nicht so gut. Ja, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Und jetzt ist es dann 1750. Das ist nicht so gut. So. Und dann ist es nicht so gut. So... Du weißt, wie es sein muss, Anubis Das ist deine letzte Runde gewesen, du kriegst keine Schossen mehr Jetzt ist das Spiel vorbei Anubis Hm Hm Der Auftakt der Eremon Greif ihn an Und vernichte Anubis So Riesenflut Ja, dann werden wir uns jetzt in den paar, wir sind jetzt in den nächsten paar